So, dann machen wir einen schönen saftes Spritzespeiter. So, dann schmeißen wir das Ding hier noch mal runter. Oh! Oh! Na! Jawoll! Alter Scheiße! Muss ich bestimmt zurück. Und bestimmt da runter. Den kick mal. Jedenfalls. Bin ja mal gespannt, was da unten ist. Ah, ein Durchgang. Warte mal. Alter, was ist denn das? Alter, ne Atombombe? Was haben wir denn jetzt ausgelöst, ey? Keine Ahnung, was wir da jetzt, äh, ausgelöst haben. Hm, da ist ein Hebel. Okay. Da muss ich bestimmt wieder... Ach, ich meine, hier gehören. Okay. Äh, hallo. Aber was müssen wir hier machen? Ah, ha, ha. Ach, alles klar. Wie soll denn das gehen? Da muss praktisch einer... ... ... Da... ... ... na warte mal warte mal was passiert soll ich das einfach zu machen also mir kann er nicht weit laufen das ist schlecht wie ist denn das gemeint ich kann auch weiter nur schmacken oh scheiße das ist sehr schlecht man diese verkackten rätsel hier sehr schön meine Fresse muss das immer so kompliziert sein hier alter wo sind wir denn hier doch ja das bleibt im wald jetzt bin ich irgendwie in der Stadt oder das ist egal das hier ist boah rüberspringen wow ouch das war nicht gut warte mal äh geh erstmal neiiiin alter mach ich komm was ey geil ich seh nicht mal ob da ne Leiter ist äh ist voll krass dunkel hier so da jetzt denke ich mal nicht mehr weiter also können wir wieder hoch weil das spiel musst du abends spülen alter sonst siehst du hier gar nix ey mal rüberspringen sehr schön wenn man ja aktiv boah heftig naja schön knapp gell neiiiin fast um einen kaufsvagen gelandet neiiiih 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 wirst du jetzt hier drüberspringen scha ja neiiiih neiiih Geile Sache hier. Hier können wir runter. Oh, kick mal da, die haben es einen Zielschuss, alter. Wo die alle hinwollen? Boah. So. Na. Ja. Ja. Sehr schön. Scheiß Ratten, verpisst euch. Ähm. Ja, jetzt nicht. Scheiße. Da hochspringen? Das schafft er niemals darüber. Das ist natürlich belastend. Äh. 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 Leute, äh. 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 Warte mal, kann ich doch auch so lang drin, oder nicht? Wäre doch effektiver Ach ja, weil kein Strom ist, alles klar Man muss das Ding erst hoch machen und dann den verfickten Strom anmachen Sehr schön, mein Junge, du machst das schon Oh, Alter, hier brauchst du Fingerspitzengefühl Total irre Gar nicht mal so schlecht So, ran hier, komm Oh, du Scheiß, wie, Alter, ist da hingeschissen, ey Nein, 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 nein Oh, nee, Alter, nicht bei dem Zielschuss, Alter Boah, was ist das, ey Alles klar Läuft Es muss ich genauso laufen wie die, er ist da belastend, ey Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, links, 2 Weiter geht's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Stimmle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Stimmle Ist das dumm, Alter Alter, du musst alles machen, was die machen Sonst kommst du hier nicht weiter Oh, war das knapp, ey Alter, ich bin hier raus Das ist mir zu krank Oh, nee, Alter, ist das hier eine Scheiße Das ist krank Krankes Game für kranke Menschen Scheiß, wie hat das Maul Oh, was Oh, scheiß Hier, Alter Bleiben auch alle abrupt stehen, ey Weiter, hier Ich bin im Arsch, Alter Oh, fuck Oh, scheiß Mist, Drexvieh So, aber jetzt, ey Sag dir Verpiss dich, Alter Du bist wie, Alter Hau rein Yes, Alter Das nenne ich mal so eine richtige Backflip vom 10er, Alter Mann, ich hab den Schnitzel Machst du jetzt Scheiß, wie Alter, wie der Blut spritzt, ey Komm, renn Mist, wie der Blut spritzt, ey Mist, wie der Blut spritzt, ey Oh, ist das ein Psycho Game, Alter meine Fresse, ey. Läuft bei euch, ey. Immer schön aktiv bleiben. Äh, ja? Das ist wieder so'n geiles Rätsel. Ne, warte mal, warte mal. Genau. Weil dann kann ich nämlich hochspringen. Jawoll. Wenn wir schon weiter schieben. Jawoll, es geht. Anschnall... Eine Sache. Alter, was ist das da? Ein Turm? Ah, den Spassi kann ich nur noch steuern, ey. Guck mal, ey. Ist da irgendwo ne Kiste, die ich da schieben kann? Ach du Scheiße, ey. Wie wollen wir denn das machen? Ähm, ja. Haben wir da irgendwo keine Kiste, ey. Scheiße, ey. Komme ich denn da hin? Weil an der Kiste komme ich nicht mehr, ist ja klar. Ah, oh Mann, ey. Ey, da drauf musst du erst mal kommen. Und das ist total der Hammer. Nein! Boah, ist ja schlimm, ey. So, noch mal. Oh, erst mal hier rüber. So, dann kann der Spassi da hochspringen. Oh, ich mach immer den gleichen Fehler, ey. Warte, wie belastend, ey. Ist doch scheiße, ey, wenn man den gleichen Fehler hier immer macht. Mann, ey. So, der Spass muss jetzt da hin, so. 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 Meine Fresse, ey. Na, den kann ich gleich da lassen, weil ich kann mir schon denken, was hier passiert. Und dann kann ich mich aktiv fallen lassen. Alles klar. So, da hast du vor. Ist man zu blöde. Oh, ja. Nochmal. So, mach mal am besten schön außen. Schön auf den Puff. Joa. Aktiv tauchen. Äh, da. Äh, da wohin? Kann ich da irgendwo hoch? Nee. Na ja, komm, Alter. Schon, geh jetzt mal da lang. So, bin ich hier wenigstens noch richtig. Auch falsch. Warte mal, dann müssen wir mal tauchen. Fisch ist ja hier unten irgendwas. Jawoll. Komm. Hoch, 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 hoch. Mann hat der junge Kraft hier. Oh, das ist wie ein Klärbecken hier. Die scheiße. Ja. Jawoll. Sprengen wir noch hier hoch. Durch den Schacht. Sehr schön. Und ein Knopf. Wollte ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Spritzing-Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann. Oh, yeah. Hier. Men. Ja. Da. Vielen Dank.